Die Tarifverhandlungen der Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn sind erneut gescheitert. Die GDL habe die Verhandlungen trotz weitreichender Zugeständnisse vorzeitig platzen lassen, erklärte ein Bahnsprecher. Die Gewerkschafter hätten, so wörtlich, dogmatisch auf der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich beharrt, hieß es von der Bahn. Trotz Kompromissvorschlägen habe sich die GDL keinen einzigen Millimeter bewegt. Nun drohten weitere Streiks. Bis zum Sonntag gilt eine Friedenspflicht ohne weitere Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschaft warf der Bahn vor, Verhandlungsinterne an Medien durchgestochen zu haben. Sie kündigte eine Pressekonferenz für kommenden Montag an. Die Arbeitszeit ist ein Knackpunkt in dem Tarifkonflikt. Die Verhandlungen begannen Anfang November.